Amsel Männleins Wintertraum oder auch erst kommt das Körnerfressen, dann kommt die Moral oder auch die Unmoral. Das Amselkerlchen, Tiri-Li, piepst keinen Ton raus, Tiri-Loh, pickt lieber Körnchen, Juppidu, im Frühling dann, oh, welche Lust, ist ausgeruht die Sängerbrust und zwitschert ran die Gruppi-Damen, was folgt, das können wir nur ahnen.